Heyo Leute, willkommen zurück bei The Binding of Isaac mit der Large March Challenge, wo wir letztes Mal echt ein bisschen blöd abgeliefert haben, die ganze Sache, weil wir hatten gut Damage gehabt, wir hatten echt, wir lief echt gut, so super, aber wir haben es ruiniert. Ach, jetzt spare ich lieber Geld auf. So, da drüben haben wir noch eine Truhe. Genau, wir hatten noch eine rote Truhe hier, genau, 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 genau. Okay, noch mehr Bomben. Hier könnte übrigens das Secret Room sein. Oder hier. Oder auch nicht. Okay, Herz. Hier. Okay, einen Versuch mache ich noch. Ach, der könnte auch noch da sein. Okay, es ist der hier. Hui, noch mehr Messen. Brauchen wir für den Real Fortune. Okay, gehen wir schon zum Boss. Ich überleg gerade. Oder wollen wir doch das, lass uns noch mal sich das eigener Raum erfüllen. Hm. Schlüssel bringt mich, will ich für die nächste Ebene lieber aufbewahren. Ähm. Genau, wir gehen hier oben hin. Hätte ich doch noch irgendwo so ein Zimmer, den wir sehen. Ah, hier, genau. Wah. Okay. Mit dem E-Said. Okay. Verhalten wir. Gegen Boss bestimmt nicht so schlimm. Besser als dieses Kartenzeug. Ich finde die Karten echt nicht. Wenn es einen Pillenwerfer geben würde. Okay, aber Karten. Pff. Wo ich natürlich gehofft hätte, es wäre ein Silberherz. Aber. Gut. Wir gehen erstmal zur Runde zum Münzautomaten und hoffen immer noch, dass es die 99 Bull kommt. Und vielleicht noch ein, zwei Schlüssel. Nein. 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 Wir haben Lack ab, wohlgemerkt, Leute. Aber ich glaube, wir brauchen wenigstens zwei Lack ab, damit es wenigstens was bringt. Oh, komm. Du willst mir nicht sagen, ich habe Lack ab und schon wie sieben Minuten verspielt und nichts gebracht. Noch einmal. Okay, wir gehen zum Boss. Kann nicht sein. Kein Geld mehr, nur noch eine Bombe, keine Schlüssel. Aber was lassen wir mich wohl da ein? Und wegen Lack ab. Ich habe echt gehofft, so wegen Lack ab. Ja, die bekommen super Sachen, aber nee. Nichts da. Wem bekommen wir? Monster. Ja, Monstro. Nehmen wir das Space Item für dich. Jetzt haben wir zweimal dich getroffen, kurz. Ja, es macht nicht wirklich viel Schauen, das Space Item. Ja, ja. Grinst du mal hässlich? Monstro. Komm. Ja, ja, lach. So. Komm. Und so ist es alle. Hui, das Pythogramm, das ist gut, Damage Up. Wo ich nicht sehe, das Damage Up, aber es soll ein Damage Up, ist auf jeden Fall ein Damage Upgrade. Und es ist schon wieder voll, das Ding. Ach, komm. Nicht wirklich. Ich spüre es, dass es Damage Up ist. Ach, komm. Noch mehr, komm. Kann nicht sein. So, ich werde erst mal die Herzen nehmen. Und HP ab. Okay. Ähm. Ja, wir könnten das Ding zerstören, machen wir aber nicht. Wir gehen runter. Also. Das Ding in Form von... Wie heißt das? Ach, ich hasse die Biester. Ich kann mal kurz hier. Das ist, dass ich... Okay, ich habe nie geguckt, dass das sich nach einem Raum wieder auffällt. Das ist gut. Nebenraum einfach verwenden. Das gefällt mir. Aber wenn ich jetzt zwei Schüsse nur noch viel bebrauche, das ist auch super. Nee, doch zwei. Nochmal. Okay, drei Schüsse. Das geht aber trotzdem. Ach, komm. Ich renne aber auf dem Film mich rein, weil ich versuche, dass die so nah wie möglich hier stehen. Das ist schon in der Truhe, die mir gefällt. Wenn hier noch ein Schüsse zusätzlich kommt... Verdammt. Ich wollte gerade sagen, wenn noch ein Schüsse zusätzlich kommt, dann fraue ich mich erst recht dahin. So weiß ich jetzt nicht. Du schon. Was du denn hier? Ach, komm. Jetzt haben wir keine effiziente Methode, dich fertig zu machen. Komm hier. Danke. Okay, noch ein Stein. Äh, noch ein Bomber. Nehmen wir. Und? Na, ich habe ja bloß Lack ab, war. Ja, ja, auf jeden Fall. Obwohl, das ist gar nicht mal so schlecht, dass zwei da von dir sind. Der Pedagra muss auch was Spezielles bedeuten von dem Schaden her. Weil ich habe nicht gesehen, dass dort der Schaden erhöht wurde. Ich kriege es aber mit, dass der Schaden erhöht wurde. Okay, jetzt mal nur eine Münze. Ach, ich komme hier nicht um die Ecke. So, Lovers. Was ist das? Und einen Schlüssel. Brauchen wir unbedingt. Envy! Hey, du. Zornigkeit. Ich habe dich nicht getroffen. Oder neid. Du neid. Nee, Zorn. Zorn. Neid. Was ist das gewesen? Ist Zorn, also was? Zorn war das, glaube ich. Da hatten wir ja auch Lust. Woll Lust. Da hatten wir die Völlerei. Dann die Hubgier. Der Geiz. Äh, da müssen wir. Die Faulheit. Ich glaube, das sind die sieben gewesen. Die sieben Todsünden. Mein Gott. Die übrigens erst relativ spät entstanden sind. Diese wurden erst im Mittelalter als erfunden. Mehr oder weniger. Also, diese sind keine Sachen, die in der Bibel drin standen, sondern wurden erst später hinzugefügt. Wie viele andere Aspekte auch. Deswegen kann man das nicht immer so alles so. Waren Münzen nehmen. Okay. Hier. Und boom. Was haben wir hier? Oh. Kleiner Larry. Dachte ich mir einfach, muss gemacht werden. War das nicht vieler Lack ab? Ich hoffe. Dann haben wir genug Lack, um jetzt mal wirklich Lack zu haben. Nein. Pretty Fly. Okay, Pretty Fly ist super. Pretty Fly gefällt mir. Oh, gerade nochmal so gerettet. Die sind schnell. Wir brauchen unbedingt ein Item, was uns die Geschwindigkeit zusätzlich gibt. Oder halt, wenn es kein Item ist. Nein. Jetzt nicht. Danke. Du kleine Marder. Da noch die kleine Marder. Und was war das? Bad Trip. Na, obwohl Bad Trip müssen wir behalten, weil es eine Full HP-Pille ist. Wenn wir nur noch ein Herz? Ein Herz haben, genau. Denn, boah, hier schon wieder. Hat sie mich hier sehr mal getroffen? Bin mir nicht hier ganz sicher. Ja, ich glaube, wir haben noch. Wir haben wohl einmal getroffen. Und schon wieder Münzen. Mann. Wolltest du uns was sagen, dieses Spiel? Daumen wir die Münzen. Okay. Ja, dann machen wir das hier. Dann kriegen wir noch mehr Münzen. Und dann machen wir das hier. Und dann machen wir das. Und. Ach. Ja, das ist ja auch ein geiler Raum. Beide. Boah, ich wurde schon wieder getroffen. Und schon wieder eine Bad Trip-Pille. Ich weiß ja nicht, was das damit zu tun hat. Und. Ich hoffe, boah. Ich weiß nicht. Sollen wir das echt nehmen? Ach, nehmen wir. Ich kann ja auch so machen, wenn wir noch weiter hin. Und vorher aufladen. Hm. Voll die Blasen machen. Och, jetzt reicht nicht aus. Red Trip. Äh, Full Health. Ich hasse das. Ich hasse das. Jetzt passt die Blasen. Und landet hier eine Bombe. Nehmen wir die nächste. Pille. Die Full Health-Pille. Ja, ich weiß, es ist eine Bad Trip, aber. Hat den selben Effekt. Okay. Da geht's. Ah. Jetzt muss ich hier schießen. Zack, 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 zack. Und hier? Ach nein. Nicht du. Nicht du. Böser Typ. Der ist auch noch beschützt. Von der Fliege. Ja, ja. Klar, ich hab's gesehen. Ist der ausgewichen? Danke. So. Machen wir erstmal so platt. Ich weiß halt nie, ob das so gut ist. Dieses Schoko-Zeug. So. Ach, jetzt macht der genau das, was ich nicht gehofft habe. Ich muss mal irgendwie hoffen, dass wir einsatzweise mal einmal wenigstens... Komm schon. Komm schon. Ach, komm, den kriegen wir so nicht hin. Dann muss ich mehrere kleine Schüsse machen. Um zu hoffen, dass wenigstens einer trifft. Okay. Eine Bombe. Ach, ich hasse die Viecher. Machen mich immer so gerne platt. Okay. Komm her, du. Komm her, du. Trau dich. Klar muss das sein. Die Schüsse sind auch noch so weit. Ein Silberherz. Oder ein Soulheart. Ich weiß nicht, ob das überhaupt was bringt, zusammen mit dem Pentagramm. Bin mir da nicht so sicher. So. Okay, die wurden jetzt alle mal kurz getroffen. Ist nicht ideal, bei dem Viechern in die Ecke zu stehen. Fistula, du kleine... Ah. Okay, wir haben aber noch ein paar Räume. Ist gut. Und? Ja, gegen eine Fliege verwende ich das. Noch gegen noch eine Fliege. Komm her, zack, 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 zack. Die machen auf jeden Fall mehr Schaden, sonst wollen wir nicht... Die Fliegen so schnell erledigen. Fuck. Ach, Mann, ey. Das sind dämlichen Fliegen, die ihr euch als Schutz habt. Oh, Ace of Spades. Ja. Damit bekommen wir auch mehr Kraten, insofern. Ach, nochmal. Ich glaube, das ist jetzt nicht ein einziger getroffen. Schön, dass wir jetzt die umso mehr haben. Fast trotzdem schon wieder. Wir haben schon zwei Batriple genommen, also Full Health in dem Moment. Und Schlüssel, das ist immer noch meine Suche. So. Zack. Zack. Nochmal zack. Okay. Oh, eine. Ja, ich habe nicht Magnet oder sowas. Guck mal da. Ja, kriegen wir hin. Zack, 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 zack. Okay, der ist aktiv geworden. Ist mir egal. Ich hole Münze. Ich will was anderes haben. Wie oft denn noch. So, und bumm. Da ist auch noch ein Raum. Muss ich warten. Hat es überhaupt einen getroffen? Die sind alle ausgewichen irgendwie, so sah es aus. Ja, die oberen Münzen hole ich mir auf jeden Fall ab. Also, das habe ich voll Bock zu. Wir hätten noch... Jetzt bringen wir nichts an Bombe. Da komme ich eh nicht ran. Und einen Raum, der mir noch die Möglichkeit gibt. Also, von dem Stand. Und... Nee, hier am Rücken haben wir ja noch mehr. Oh, Gott. Das sind wir doch ganz schön schnell. Und ich überlaufe mich voll rein in den. Mal gucken, ob wir den Boss schaffen jetzt. Meine Leute. Das wird eng werden. Ein halbes Jahr hat es hier. Hm? So. Jetzt ist ja schon gewaltig. Zeh. Ach, nochmal ein halbes Jahr. Schlüssel. Ich habe, glaube, wieder keinen einzigen getroffen. So. Komm schon, gib mir was tolles. Ein Schlüssel. Da würde ich auch eine Bombe verwenden. Yes. Heißt, andere Items. Obwohl wir coolerweise jetzt so 15 Münzen haben. Aber... Weißt du, wir könnten auch in den Shop gehen. Der uns vielleicht das Leben verlängert. Aber wir wollten eigentlich das zweite Item haben. Auf dieser Ebene. Ich finde schlimm genug, dass wir so wenig Schlüssel bekommen haben. Da haben wir eine goldene Truhe oder sowas. Ganz links. Da haben wir noch näher. Vielleicht kommen wir noch nicht auf die Bombe ran. Bombe, 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 Bombe. Bombe, 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 Bombe. Und? Was bist du? Friends to the end. Nein, 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 nein. Böse. Ok. Ja. Ja. Ja, ja, das war der explosive Isaac. Ich kann mich erinnern. Ok, gehen wir mal hier rüber. Und dann auf in den Bossraum. Vielleicht da vorne und das Herz nehmen. Ich bin mal gespannt. Gibt es aber noch ein ganzes Herz, oder? Ach, das. Wilden Tristan, Leute. Ah. Komm schon. Ok. Der ist so groß. Der muss doch mal drücken. Ja, echt hier. So. Zeigst du da, zeigst du da. Maschinengewehr hier. Ok. Okay, der muss erstmal die Klinge hier. Jetzt muss man seine Fliegen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, 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 ja. Oh Gott. So. Kriegen wir den Krämer, den Krämer, den Krämer. So viel hat er nicht drauf. So viel hat er nicht drauf. So viel hat er nicht drauf. Sorry. Ich hab grad überlegt, ob es so früh ist. Ok. Wischu. Und wir haben keinen HP bekommen. Ranger. Ok, hoffen wir auf das Beste. Es ist... Chub. Chub, 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 chub. Ähm. Ja, ich würd sagen, wird cool werden. Chubby ist immer so ein Fall für sich. Wo ich mir denke, so, frisst doch deine eigenen Kinder. Ah. Gott, das wär... Notfalls haben wir können noch Bomben erzünden. Ich muss aufpassen, dass die kleinen Viecher sind. Ja, genau. Das ist halt die kleinen Biester, wenn du ihn frisst mit. So, auch lieber das an GDMG-Variante zu nehmen, als die aufgelagene Variante. Ich muss auf den Plänen hier oben achten. Genau, frisst du mal die. Komm schon. Ok, erst tot. Jetzt machen wir die hier noch zu erledigen. Genau, dann kommt sie eben. Okay, kommt hierher. Soll man ein helles Set bekommen. Sehr schön. Hier, bevor wir das Item völlig bekommen. Und... Squeezy! Auch gutes Item. Schnelles Schießen! Aber schnelles Aufladen. Ich glaub, Aufladen ist nicht so schnell, ne. Aber wir können trotzdem schnell schießen. Muss ich nur drüber drückt halten. Gut, Leute. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Ciao, ciao.